hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft mit 20 fps und die musik ist laut so und das sagt johnny also die musik ist immer noch so extrem laut ihr seht jetzt ja hier sehr schön wie er anfangen aber die musik ist echt extrem laut das sollte jetzt reichen ich würde sagen wir gehen schlafen mit 20 fps ist auch so wenig ich glaube ich muss mein java mal richtig konfigurieren wegen windows installation und so ja und ich jetzt also ich würde sagen wir bauen haus oder ich dachte mir so ein haus für die leute die bald kommen in ungefähr genau elf part haben wir schon drüber gesprochen dann bauen wir es halt mit den leuten nicht wenig sinn oder so warte mal minecraft 8 prozent reicht eine kirche will zu bauen weil ich lieber eine kapelle bauen die größe und johnny ist gemutet echt aber es hat aufgehört zu rauschen bei dir so erstmal du rauschst durchgehend brauchst immer doch du rauschst aber und es liegt nicht daran dass ich irgendwas falsch eingestellt habe weil es immer nur ist wenn du redest ja es ist immer da das wirst du nicht wegkriegen doch ich krieg das weg und ich guck grad mal plus 0,0 dezibel es liegt nicht daran dass ich dich bei teamspeak zu laut gestellt habe bla 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 mit 20 fps zu spielen ist nicht so schön irgendwie runterschrauben ich weiß warum ich 20 fps hatte was render distance war auf extreme so jetzt habe ich 30 habe ich entweder frame rate an weiß ich nicht wir haben zwei nametags das ist cool wollen wir uns mal zombies holen das finde ich voll cool mit den nametags die zombies deswegen müssen wir die ja irgendwie unterkriegen dass der auch nicht am tag verbrennen kann ja den zombie village machen ich würde dafür einfach mal nicht machen monster lag was ist was siehst du ja ich habe auch nur ein fps weniger 0 thema ich habe die voll texture ja ist mir egal was der fokteil ist hast du keys keys gravel ja habe ich aber nur juckt kann ich dich ausmachen ob die ich habe flüssig wirkt es direkt mit 30 fps ich muss unbedingt mein java konfigurieren ich habe mein windows mal installiert weil ich mir eine ssd gekauft habe deswegen ist noch java nicht richtig konfiguriert wo wissen du hat ein da radar und wieso bist wieso gehst du immer aus okay ich bin ich habe ofenkartoffeln lecker geil ich will auch ofenkartoffeln hier komm her shift kuh ne dann muss er direkt den ganzen stack bei mir nicht shift kuh ne also ducken kuh ne steuern kuh ne steuern kuh das ist nicht zu dings gesetze hast was ja ja aber das ist generell steuerung kuh nicht schiff das wollte ich so axt das eigentlich genug holz aber ich habe keine ahnung was ich sonst machen sollte was könnte ich sonst machen außer holz hacken ja wir wollen noch eine kapelle bauen wir wollen jetzt keinen dom bauen oder du wir oder du ich sag mal auf jeden fall erstmal holz ja der wird ja generell weggehen nach einer zeit nein weil hier ist jetzt hier haben wir danach hast du eigentlich drei aus irgendeiner kiste habe ich auch noch welche ich hier gerade mal gucken wir hinten ein bisschen anpflanzen wir haben noch nicht genug bäume ja nein weil um rum ich finde das wir haben so um rum relativ viele bäume ja aber relativ ist wirklich relativ und nicht extrem viel aber es ist kein wald ich würde gerne auch noch ein bisschen baufläche haben ja kann man hier wieder abholzen also ich muss hier sagen hier beim bauernhof da muss nix hin da kannst du auf jeden fall frei bleiben dass wir wenigstens ein bisschen frei fläche haben das wollte ich eigentlich würde ich immer noch zum bauern wir haben ja den pinienwald erreicht doch voll kannst du meinetwegen in eine richtung erhöhen aber ich will mindestens bis zum meer hier freifläche haben damit man schönen ausblick aufs meer hat ja kann man hier schön paar geile häuser hinbauen und so zum meer hin ja dann 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 weiter dann auch wieder kannst du dann hinten hin das erweitern da gehen wir eh nie dahin niemand braucht bäume niemand braucht bäume tot den bäumen niemand braucht bäume ich liebe bäume deswegen gründe ich immer die klaren wir haben die längsten bäume tust du nicht doch wo hast du den klaren gegründet auf wie vielen minecraft pvp server spielst du denn so niemand braucht bäume ich helfe beim anpflanzen niemand braucht bäume damit wir neue bäume kriegen niemand braucht bäume niemand ja irgendwie ist meine tastatur gerade so ein bisschen hinterher hakeln ja ich habe eine kleine verzögerung sekunde oder so bei mir in der kiste nur die ich gerade abgebaut habe die obere in der mitte obere in der mitte ja ich sortiere meine tun nicht wirklich gut ich habe ein bisschen zu wenig truhen um sie gut zu sortieren